Servus bei AngelfinTV. Willkommen hier auf meinem YouTube-Channel zu einem neuen Video. Heute zu meinem ersten Lost Place. Nennt man das so? Lost Place? Lost Play Video zu einer Nervenanstalt-Klinik. Ja, dort soll es auch paranormale Aktivitäten geben. Und das Ganze heißt dort, also Pforzheim bei Schönberg. Charlottenhöhe nennt es sich dort. Wir schauen mal was dort abgeht. Hier ist 30 erlaubt. Stell mal vor, die haben mir einen Blitzer gestellt. Ab, als ob hier ein Blitz und so. Wir sind gleich da. Wir sind da. Ihr Ziel befindet sich in einer Zone mit beschränktem Zugang. Siehe Karte. Okay, wir haben hier Garagen. Wir haben hier Garagen. Da vorne sind auch Häuser. Sie sehen relativ neu aus. Hier? Wenig Rost dran. What the fuck? Was? Guck mal. Renov 1980. Extrem dunkler, aber ich sehe nichts. Leuchtet mal rein. Warum ist es überhaupt hier dunkel? Du, wir müssen aufpassen. Merkst du das nicht? Was? Du merkst du das nicht? Was? Der Boden ist zu weich. Ja, das wackelt. Wackelt. Ja, dann komm. Merkst du das nicht? Mach mal so. Geh mal dahin. Da. Nee, ich will da nichts. Nachher kracht das noch zusammen. Na ja, aber merkst du das nicht beim Laufen? Das ist so. Das ist gefährlich, was wir auch machen. Es gibt so mehrere Sachen, warum es gefährlich ist. Einsturzgefahr. Wer weiß, was für Psychopathen es hier gibt. Kann sein, dass ich auch mehr Paranoia schiebe als nötig, aber ich mache, wie gesagt, das ist mein erstes Los Place. Das hier. Eine Riesenwaschmaschine. Und da unten geht es runter. Ein richtig dunkler Gang. Hier eine Schreinerei. Oder irgendetwas. Eine Werkstatt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Werkstatt. Die mich büßen an ein Horrorfall-Motionarium auch ein. Das erinnert ihr an die Buch? In diesem Haus gibt es da so einen Pfeil. Und ich bin nicht vertraut diesem Pfeil. Auf jeden Fall. Hier brauchst du eine Tür. Aber wir machen nicht so, dass wir jedes Haus reingehen. Ist halt echt krass. Ich weiß nicht. Ich zeig es nochmal auf Kamera. Da oben steht Kriminalfamilie. Machst du Fotos? In diesem Haus waren wir ja gerade drin. Mal kurz hier drüber schauen. Das Gebäude sieht heftig krass aus hinter mir hier. Heftig. Mann, da unten sind ja auch Häuser, ja? Ja. Da oben. Da sind... Hexenhaus. 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 Warum? Weil das Haus ist einfach. Das Minihaus. Hier sind Mülleimer. Hier sind lauter Mülleimer. Guck mal. Was ist das? Lauter Mülleimer. Hier ein abgeriegeltes Haus. Was wahrscheinlich nicht verlassen ist. Und dann... Das ist wahrscheinlich bewohnbar, das Haus. Wir gucken mal, ob wir hier Leute finden. Weil hier sind auf jeden Fall Müll. 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 Das ist leer. Auf jeden Fall die Tonnen da hinten dran sind nicht. Ja, da sind schon wohnbare Häuser. Aber lass mal kurz trotzdem ein bisschen hier umschauen. Aber guck mal. Auch wenn hier Leute wohnen. Also ich weiß nicht, wie weit ich das zeigen darf. Aber das sieht... Die Blumen sind zu gepflegt. Fahrrad, Auto. So. Diese Ortschaft ist bewohnt. Es wird da ein bisschen blöd, falls einer doch nach oben fährt. Aber guck mal, was geht hier? Hier sind bewohnbare Häuser. Aber guck mal, ich... Hier ist so ein Teil, Alter. Das ist schon krass hier. Ja, Postbote, der hier hochfahren muss. Hier stehen mehrere Autos. Aber sie trotzen so fest. Also das ist schon auf jeden Fall was Bewohnbares hier. Aber sie trotzen so verlassen auch. Was hat man hier überhaupt hinterlöpfen? Weiß ich nicht. Man hört Leute, ich hör Leute. Man hört einen Hund. Guck mal, wir gleich hier auf Lehm stoßen. Man hört da Leute... Bin ich umgekriegs... Aber hier kann man auch nicht weiter. Hier ist nur ein Kreis. Zum Drehen. Fertig. So und Welt. Hallo. Hallo. Kurz eine Frage. Ich sehe kein Wort falsch. Ja, okay. Wir haben hier Lebende. Und zwar ist das... Wir suchen eine Nervenanstaltklinik. Eine alte. Das ist das Gebäude hier oben. Welches Gebäude? Das gerade, was man da vorne sieht. Das ist gar nicht. Es ist nur frei erbaut worden. Da war es über Kolose. Da war es nicht ein Hotel davor? Ne, das Hotel... Ich ging danach Hotel und danach... Ja, Koch habe ich ja gesagt. Ich habe den Pflegedienst übernommen. Und das hat sich dann auch nicht bewährt. Und der Besitzer ist verschwunden. Und seitdem steht es... So wie es ist halt wirklich. Ja, es geht nachts zur Bank ab. Geht mal da hoch und gucken sie mal. Das ist alles zerschlagen. Also was ich halt... Das sind 20 Jugendliche. Ausflug gemacht. Eine halbe Stunde lang. Fensterscheibe hineingeschmissen. Und das hören sie natürlich alle. Nachts kommt regelmäßig an und schießt rum. Also wenn hier die Paranormalaktivität entstand, dann sind das einfach Jugendliche, die da saufen. Keine Ahnung. Weil ich habe auch sehr viele Alkoholplatten. Wenn die nur saufen würden, hätten wir kein Problem damit. Die randalieren dürfen. Und das ist das Problem. Okay. Das machen wir aber nicht. Wir schauen uns nur das ganze... Nein, schauen wir nur. Aber... Ist ein riesen Problem, dass jetzt nicht einen Sprengstoffausschlag gemacht. Sondern statt mit 1 am 6. Lassen sie uns verschlägt. Ja, das ist natürlich blöd. Irgendwie wird zusammengebastelt. Und wo drinnen auch wieder Teile von Wänden zusammengefallen sind. Das Gebäude ist der Knaller innen drin. Krass. Das ist also quasi das große Gebäude, wenn man da wieder hoch geht, das Scherste. Wie lange steht da schon leer? Schrauben wir schon. Ich habe mal einen Brief da gefunden, der stammt von 83. Ja, das kommt noch. Ja, das kommt noch. Ja, das war noch vom Hotel, dieses 83. Das war erst mal Nerven. Danach kam dann ein Hotel. Mein Nervenklinik warst du nicht. Hä? Es war Tuberkulose-Klinikum. Und dort noch war es dann eine Pflege, eine Tagespflege drin. Dann kam da danach der Gastronom. Ja, das haben wir gesehen. Und jetzt steht es leer. Wie nennt man das, diese Tuberkulose? Was ist das dann? Ist das? Das ist diese Lunge-Erkrankung. Das ist eine Krankheit, die dann Immunsysteme schwachen. Ach so. Ach so. Ja, deswegen gibt es auch diese Gerüchte, weil hier scheinbar damals viele Leute auch gestorben deswegen sein sollen und so Sachen. Deswegen diese. Ja. Also ich, wo hier wohne, habe ich noch keine Geistertse, außer die hier waren. Ja. Okay. Aber es ist halt total demolierter Fall. Ja, das ist natürlich schade. Geht hier am Wochenende nachts immer was? Oder ist es nur ab und zu? Vor dem Krawall was jetzt nicht haben. Ja. Ja, findet das auch statt. Momentan ist jeden Freitag jeden Freitag. Jeden? Boah. Was haben wir für einen Tag? Ja, wir haben ja Freitag. Dienstag nachts, Dienstag morgens um 4 Uhr. Ich bin auch nachher gefahren. Man hört das ja, wenn wir stattdessen auf dem Führer sind. Dann hat er auch herum geschlossen. Ja, wahrscheinlich wissen manche nicht, dass hier weiter vorne Leute noch leben. Wahrscheinlich kann das sein? Na ja, wenn die da jetzt mal kommen bestimmt. Ja. Glaube ich natürlich. Manche Leute sind vielleicht mit Absicht hierher gezogen. Mit Ruhe, Natur und Wald und so. Und dann sowas. Mit Anspruch hat niemand wirklich Uhl zu haben geplant. Das kannst du auch nicht sagen, wie du jetzt mal rufst. Aber das ist halt dann schon extrem, wenn du mit dem Stoff scheitern wirst. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist auch klar. Ah, man sieht draußen. Was ich vorhin gesagt habe. Alles mögliche. Eine Spüle. Eine Spüle. Wenn ich gerade als Handwerker komme und ihren Müll abladen. Ja. Stimmt ja, ja. Ah, Müll. Das ist das, was ich sogar auch vor Anfang des Videos. Man sieht Müll, Müll, Müll. Die kommen dann, fahre hoch mit dem Hänger, laden kurz abfahre. Die dann nur noch. Illegal ist Müll und Sorgen. Ja. Also, ich denke also auch, dass es sich häufig, dass nichts passiert ist. Ich würde mich auch über ein Abo fragen. Nein. Okay. Schönen Tag soweit. Ciao, ciao. Das kann ich auch mal gleich preisgeben. Es ist keine Nervenanstalt. Um klarzustellen, hier soll es keine paranormale Aktivitäten geben. Also, das ist quasi das Haus gewesen. Oh, ich bin gerade voll aus der Pusse. Wo die Mitarbeiter gewohnt haben. Wo die Mitarbeiter gewohnt haben. So. Hier nochmal kurz die Umgebung. Hier dieses Haus. Lass rein, komm. Also, let's go. In dieses Haus. Das soll sich lohnen, da ran zu gehen. Scheiße, wir haben keine Taschenlampe. Hier Feuerwehr. Scheibe entschlagen. Also, ich sage es immer wieder. Wir leben nur optisch modern. Die Dinger sehen noch immer aus wie... Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Dusche. Hier senkt der große Raum. Kannst du Englisch? You never know, you know, we don't need blow. Was heißt das? Guck, merkst du das? So ein bisschen. Ja. Ja, merkst du das hier? Ja, natürlich. Das ist Altbau auch. Wir können hier die Treppen einfach hoch gehen. Oder wir können ja den Fahrrad überlassen. Hier ist ein Stromkasten. Feuerlöscher Schlauch. Geh mal hoch. Diet ist der Hose. Oh shit. Sieht schon heftig hier aus. Hier sind so Pfeile. Also, den Mysteri tun hier auf jeden Fall irgendwelche Jugendliche an. Pans. Satanist. Diet ist in der Hose. Der Tod ist in der Hose. Guck mal hier. Hier steht ein Name und Datum. Okay, hier muss man echt aufpassen. Weil hier echt schon vieles am einstürzen ist. Hier sind heftig viele Gänge. Das Haus gegenüber. Help. Und ich weiß nicht ob ihr das seht. Help. Und es steht da. Wer weiß. Warum, weshalb, warum das so alles ist. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Etagenhörer. Aber guck mal. Siehst du hier. Wie die Wand da oben aussieht. Also wenn das auf uns einstürzt, haben wir natürlich glaube ich gelitten und so. Hier laufe ich eher weniger. Leute, es sind jetzt gefährlich da. Löcher. Das ist alles. Hier muss nur ein etwas schlechteres Holz sein. Abgangs. Wir sind schneller unten als oben. Weißt du was ich meine? Was verlauft euch nicht hier? Eine Toilette. Unterlagen, Mappen hier. Hier ein Schrank. Alles raus für Wüste. Das ist ja das Haus, wo die Mitarbeiter gewohnt haben. Da oben. Die hat gesagt, oben ist irgendwo das Büro der Mitarbeiter. Hier sieht es auch ein bisschen besser aus. Mit den Wänden. Wahrscheinlich hier sind die, wo leutliche Böller sind. 1995. Das Gebäude sind wir gerade so rüber gelaufen. Das Gebäude waren wir das. Aber ich bin nämlich von da angeschaut. Ordentlichkeit wie jede andere. Hier ein Balkon. So. Wir gehen wieder runter. Hier gibt es noch einen Keller. Einfach nur mal reinschauen. Man muss ja nicht durch den ganzen Keller gehen. Leuchte mal da hin. Was steht da von der Feuerlöscher oder was? Mhm. Von da. Wir müssen ja nicht durch den ganzen Keller. Wir müssen ja nicht spazieren. Hier. Bierflaschen. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Also hier ist es wirklich sehr gefährlich. Arme an der Kreuzernbleich. Wenn man seinen Kopf nicht zu sehr bückt. Kann es auch mal ein bisschen Aua geben. Aua Aua. Kapital Bra. Denk sie wollen, dass ich fahre. Lelelele. Hab ich irgendwas? Ja, das ist eine Beule. Echt jetzt? Nein. Aber du hast schon graue Haare langsam. He? Du hast schon graue Haare langsam. Graue Haare? Ja. Dein Onkel wird alt. So ein Haar. Ich glaube wenn ich die Mütze nicht aufhörte. Jetzt werden wir ihr getan. Das ist die Gastronomie. Waldoch. Charlottenhöhe. Es wird auch dunklerer. Guck mal. Fußabdrücke. Das sieht schon aus. Zikerler. 06. Lauter Zahlen und so Sachen. So. Jetzt gehen wir langsam hier zum Auto. Das war es dann auch hier in diese Ortschaft. Wir verlassen das Ort. Den Ort. Das Ort. Also ich muss schon sagen. Der kleine Stoß beim Verlassen des Gebäudes. Hat mir schon leichte Kopfschmerzen gemacht. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Auf jeden Fall war es dann auch das mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. BenjelfinTV. Und für nicht Abonnenten. Nie vergessen abonnieren.